Drei Tipps vielleicht auch für den Weitblick. Ja, ich glaube, die drei Tipps sind ein bisschen das, was ich vorher auch schon gesprochen habe. Versuchen, nicht zu stur ein Charakter zu sein. Auch gerne mal zulassen, dass man sich verbirgen lässt und das nicht negativ sehen. Das geht aber auch nur, da bin ich schon beim zweiten Tipp, wo man mit Menschen redet, wo man sich unterhält. Diskussionen finde ich brutal was Wichtiges generell im Leben, dass man auch mit Menschen redet, was anderer Meinung sind und auf die einander ein bisschen eingeht und das zulässt. Versuchen, diejenigen vielleicht von meiner Meinung zu überzeugen beziehungsweise semi-überzeugen, dann kommt man irgendwo auf einen besseren Konsens. und dann sicher auch aus seiner Bubble vielleicht ein bisschen rausgehen.